Ich geh mal die Laura mit dem Auto besuchen. Jetzt schau dich mal das Auto ab. Jetzt suche ich mich mal. Mal schauen, ob die Laura zu Hause ist. oh Oh, man muss sehen, ob die Laura zu Hause ist. Oh, hallo Markus, hallo, hallo Lara, ich wollte nochmal fragen, ob ich dich mal besuchen kann oder was Neues du gekauft hast. Oh, guck mal, hier rüber, das ist das gekaufte Neue. Oh, hier muss ich ja noch die Tür schließen, das schießt du jetzt nicht. Okay, du sagst ja, was ist denn da? Was ist denn das? Mein neues Urmobil, Luxusvilla Modus. Luxusvilla heißt Luxusvilla Modus. Oh, das ist ja cool. So als möchte ich auch zu Hause. Ja, das wäre cool, wenn wir beide was haben. Wir könnten jetzt aneinander schrauben, dann hätten wir ein super langes, super Nuckels. Okay, das ist ja cool. Okay, das ist ja cool. Okay. 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 Okay.